In der Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt ein französischer Apotheker, der als Nostradamus weltberühmt wird, geheimnisvolle Verse aufzuschreiben. Heute gelten diese Zeilen für viele als erstaunlich genaue Vorhersagen weltbewegender Ereignisse. Weissagungen von Katastrophen, die hunderte Jahre später angeblich wahr werden. Nostradamus ueberragte alle anderen Propheten und Seeren. Er wird geruehmt, die gesamte Weltgeschichte vorhergesagt zu haben. Wer also war dieser außergewoehnliche Mann? Und was ist von seinen Prophezeiungen wirklich zu halten? In unserer modernen, vernunftbetonten Welt hat, so sollte man meinen, der Aberglaube des Mittelalters keinen Platz. Wie bruechig diese Annahme ist, zeigt der 11. September 2001. Fassungslos verfolgt die Welt, wie vor laufenden Kameras der schockierendste Terroranschlag der jüngeren Geschichte in Szene geht. Die Suche nach Erklärungen für das unfassbare Geschehen führt viele Menschen geradewegs ins Mittelalter. In den Tagen nach dem 11. September 2001 taucht im Internet neben Bin Laden und Bush Einnahme auffallend oft auf. Nostradamus. Er habe alles vorhergesehen, behaupten seine Anhänger. Und viele schenken ihm Glauben. Das Hauptwerk von Nostradamus umfasst rund 1000 Verse. Ganz im Stil des 16. Jahrhunderts sind sie voller kryptischer Andeutungen. Für seine Jünger sind sie jedoch ein geheimer Kot, den es zu knacken gilt, um kuenftige Katastrophen zu verhindern. Mario Redding ist zutiefst davon überzeugt, dass Nostradamus das Drama vom 11. September genau vorhergesagt hat. Ein Feuer aus dem Erdinneren wird die Türme einer neuen Stadt erschüttern. Ein langen Krieg führen. Bis Aretusas Quellen den Fluss erneut rot färben. Jede Zeile bezieht sich auf dieses Desaster. Feuer aus dem Erdinneren, das ist das Kerosin, das explodierte. Wird die Türme einer neuen Stadt erschüttern? Es versteht sich von selbst, dass die neue Stadt in der neuen Welt gemeint ist. Nostradamus hat sie schon gekannt. Zwei große Blöcke, das Christentum und der Islam, werden einen langen Krieg führen, über viele Jahre. Das hat mich besonders beeindruckt. Nostradamus-Anhänger finden sogar Hinweise auf den großen Brand von London oder den Hurricane Katrina. Auch wenn andere von Unfug sprechen. Sie wissen, dass nichts davon wahr ist, aber man verdient gut damit. War Nostradamus wirklich ein Prophet? Sicher ist, dass er als Michel de Notre-Dame am 14. Dezember 1503 in Saint-Rémy-de-Provence geboren wurde. Die Lebensbedingungen zur Zeit des Nostradamus waren, wie überall in Europa, absolut grauenvoll. Niemand wusch sich. Die Kirche predigte gegen Kauperpflege, die Menschen waren voll mit Läusen. Sie hatten ein kurzes Leben voll Dreck und Aberglauben. Der Tod bestimmte das Leben. Für Nostradamus gelten andere Vorzeichen. Er stammte aus einer jüdischen Familie. Seine Großeltern waren vermutlich orthodoxe Juden, die später zum Christentum übertraten. Obwohl dies bekannt war, hatte er stets die Sorge, dass die Kirche jeden seiner Schritte überwachte. Seine wohlhabenden Eltern ermöglichen ihm ein Medizinstudium in Montpellier. Später geht er nach Argent de Provence, wo er heiratet und eine Apotheke eröffnet. Man muss sich das als Mischung zwischen Krämerladen und Drogerie vorstellen. Da gab es alles, von Süßigkeiten bis zum Wachs. Apotheken waren die Zentren für Tratsch, für Glücksspiele, aber auch für Wetten, ob ein Kind als Junge oder als Mädchen geboren würde. Jede Art von Vorhersage fand damals in Apotheken statt. Man schreibt das Jahr 1537. Das gemütliche Leben als Apotheker und Familienvater erfährt ein jähes Ende. In Argent de Provence bricht die Pest aus. Nostradamus kann viele Menschen retten, nur nicht seine Familie. Es gibt keinen Zweifel, dass Nostradamus vom Tod seiner Frau und seiner Kinder schwer getroffen wurde. Etwas in ihm machte sich selbstständig. Dinge begannen sich ihm zu offenbaren. Nostradamus verliert mit seiner Familie auch seinen guten Ruf als Arzt. Als ihm auch noch ein Konflikt mit der Inquisition droht, geht er auf Wanderschaft. Sein Interesse gilt allem Neuen und Geheimnisvollen, vor allem dem jüdischen Mystizismus und der Astrologie. Gegen 1550 wird Nostradamus wieder sesshaft. In Salon de Provence heiratet er eine reiche Witwe. Ab 1555 veröffentlicht er seine wahren Prophezeiungen. Viele Seher vor Nostradamus hatten nichts weiter als ihre Unkenrufe. Er verstand es jedoch, die Erfindungen seiner Zeit wirkungsvoll einzusetzen. Der große technologische Durchbruch in der Renaissance war die Druckmaschine. Plötzlich war es möglich, Bücher in großen Mengen in ganz Europa zu verbreiten. Außerordentliche wie dumme, radikale wie brillante Ideen konnten auf jene übergreifen, die das Glück hatten, lesen zu können. Das war die Industrie, die vermutlich am schnellsten wuchs. Die Verleger waren sehr bemüht, Bestseller zu finden. Das wiederum hatte großen Einfluss auf die Astrologie, die Wahrsagerei und dergleichen. Denn solche Bücher verkaufen sich leicht, in großer Zahl. Die Zeit war perfekt und somit die Chance, diese brandneue Informationstechnologie zu nützen. Sein Werk würde in ganz Europa bekannt werden. 100 Jahre früher wäre es in der Provence versackt. Anders als die meisten seiner Vorgänger bedient sich Nostradamus einer völlig neuen Ausdrucksweise. Seine große Beliebtheit verdankt er seinem ganz speziellen Stil. Es ist eine Art Rohfassung. Seine Visionen werden zu einer seltsamen, schwer verständlichen Dichtung. Jeder dachte, dass dieser Mann wirklich das Schicksal der Welt kannte. Seine Art zu schreiben entspricht der bewegten Zeit, die Nostradamus miterlebt. Bei seiner Rückkehr in die Provence tobt zwischen Katholiken und Protestanten der Krieg und den rechten Glauben. In ganz Frankreich macht sich Weltuntergangsstimmung breit. Nostradamus scheint der Mann für schlechte Zeiten zu sein. Alles passt gut zusammen. Seine depressive Sicht der Welt und das, was um ihn herum geschah. Trotz seiner ersten Erfolge lässt der Durchbruch auf sich warten. Bis seine Prophezeiungen am Pariser Hof gelesen werden. Die italienische Königin Frankreichs, abergläubisch bis in die Fingerspitzen, suchte Hellseher. Sie hörte von Nostradamus, entriss ihn der Provinz und verhalf ihm zu Pariser Ruhm. Katharina von Medici fällt es nicht schwer, Nostradamus nach Paris zu locken. Man darf nicht vergessen, dass dies mit Abstand der schillerndste Hof Europas war. Nostradamus hat keine guten Nachrichten für die Königin. Er sieht ihren Ehemann, König Heinrich II., in absehbarer Zeit sterben. Für die Anhänger des Propheten ist dies entscheidend. Zum ersten Mal hat Nostradamus erfolgreich die Zukunft vorhergesagt. Der Vierzeiler, der den Ruf von Nostradamus festigte, war der über den Tod Heinrichs II., den er drei Jahre zuvor veröffentlichte. Damit überragte Nostradamus die anderen Propheten und Seher. Der junge Löwe wird den Alten in einem einzigen Kampf auf einem Schlachtfeld besiegen. In einem goldenen Käfig wird sein Auge durchbohrt. Zwei Wunden werden die Folgen eines Schlags sein, danach wird er qualvoll sterben. Der junge Löwe war der Graf von Montgomery, der den König zu einem Turnier einlud und ihn aufforderte, gegen ihn zu kämpfen. Der eitle König sagte zu, obwohl ihn die Königin, Katharina von Medici, inständig bat, den Turnierplatz zu meiden. Der König bestand darauf. Die ersten zwei Stöße konnte Montgomery abwehren, worauf die Lanze brach. Die Königin versuchte erneut, den König abzuhalten, doch der ignorierte selbst Montgomerys Bedenken. Montgomery wollte ausweichen, aber seine Lanze zersplitterte am Helm des Königs. Die Teile der Lanze durchbohrten die Augen und die Kehle des Königs. Er starb nach neun qualvollen Tagen. Wie Nostradamus es vorhergesehen hatte. Nostradamus ist nun ein angesehener Wahrsager. Die Königin stattet ihn mit einer Leibrente aus, was ihm einen angenehmen Lebensabend beschert. Bei seinem Tod 1566 kennt man Nostradamus nur in Frankreich. Doch schon bald wird sein Name in ganz Europa zum Begriff. 100 Jahre nach seinem Tod geht London in Flammen auf. Man verweist auf bestimmte Verse von Nostradamus. Das Blut der Aufrechten wird fern von London sein. Die Stadt wird im Jahr 66 abbrennen. Die alte Dame wird von ihrem Platz stürzen. Viele andere Kirchen werden auch zerstört werden. Im Jahr 66. Das passt haarscharf auf 1666. Die alte Dame ist die St. Pauls Kathedrale, die durch das Feuer komplett zerstört wurde. Zur Weltberühmtheit schafft es Nostradamus im 20. Jahrhundert. Für seine Jünger steht fest, dass er sämtliche historische Großereignisse vorhersah. Auch die dunkelsten. Es gibt den berühmten Vierzeiler 224, der Hitler sogar beim Namen nennt. Mit dem Hunger wilder Bestien werden sie die Flüsse queren. Fast die ganze Welt wird gegen Hister sein. Der starke Mann wird in einem Eisenkäfig vorfahren. Das deutsche Kind versteht nichts. Sowohl Deutsch als auch Hister werden im selben Vierzeiler erwähnt. Das hat zur Folge, dass die Nazi-Propaganda den Propheten jüdischer Herkunft für sich vereinnahmt. Die Nazis erklärten, dass Nostradamus den Sieg der Deutschen über Frankreich vorhersagte. Als die Deutschen bei Sedan Frankreich überfielen, warfen sie Flugblätter ab. Viele Franzosen glaubten den Worten des Nostradamus und flüchteten in den Süden. Dadurch konnten die Deutschen schneller nach Paris vorstoßen. Durch den Zweiten Weltkrieg gewinnt der Name Nostradamus weiter an Bedeutung. Auch danach wird ihm jedes historische Ereignis zugeschrieben. Bis hin zu den Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen werden. Bei den Häfen zweier Städte treten zwei bisher unbekannte Plagen auf. Hunger, Pest innerhalb eines Gebietes. Menschen verbrannt durch fremde Metalle. Jede Zeile hat ihre Aussage. Bei den Häfen zweier Städte. Beide sind Hafenstädte. Zwei bisher unbekannte Plagen. Das sind die Atombomben, die man nie zuvor sah. Menschen verbrannt durch fremde Metalle. Das Schwermetall in den Bomben. Nicht einmal die Ermordung John F. Kennedys soll ihm entgangen sein. Von oben wird Böses über den großen Mann kommen. Einem toten Unschuldigen wird die Tat unterstellt. Der wahre Schuldige wird verborgen bleiben. Nostradamus ist für seine Anhänger der größte Prophet aller Zeiten. Fakten können den Glauben an ihn nicht erschüttern. Nostradamus bescherte seinen Leuten und uns einen Zauberspiegel, mit dem wir um die Ecke sehen können. Aber es gibt ein großes Problem für die Nostradamus-Anhänger. Die moderne Wissenschaft lässt nun mal keine Spekulationen zu. Nostradamus war überzeugt, dass er göttliche Eingebungen oder paranormale Fähigkeiten hatte, wie auch immer. Er verwies darauf, dass bereits seine Vorfahren ähnliche Visionen hatten. Er dachte an eine vererbte Fähigkeit. Seit den Orakeln der Antike reklamieren Schamanen und Seher die Macht der Vorhersage für sich. Zu jeder Vision gehört eine eigene Technik. Auch Nostradamus hatte eine. In seinem Zimmer stand eine Schüssel mit gefärbtem Wasser. Er hatte dann seine Eingebungen, indem er sehr lange in das Wasser starrte. Mit seinem Wissen über Pflanzen und Kräuter könnte er den Erscheinungen nachgeholfen haben. Unumstritten ist, dass Nostradamus seine Visionen mit Hilfe der jüdischen Mystik interpretierte. Sein jüdischer Großvater durfte ihm die Praktiken der Kabbalah beigebracht haben. Die Kabbalah ist eine jüdische, mystische Tradition. Für die meisten Menschen hat Moses am Berg Sinai nur die zehn Gebote erhalten. Er bekam aber auch mystische Anweisungen, die geheim gehalten wurden. Sie wurden mündlich überliefert, vom Vater zum Sohn, vom Meister zum Schüler. Das hier stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ein Spiegel der mystischen Kabbalah mit der Zahl 72. Es gab 72 Engel, die für die Kabbalah bestimmend waren. Jeder Engel hat seinen eigenen Bereich. Amor, Liebe. Soll er helfen, muss man ihn anrufen. Der nächste, Sapentia, Weisheit. Will man Weisheit, sucht man diesen Engel. Hier haben wir Erzengel Michael für Michel de Notre Dame besonders wichtig. Es gibt einen sehr berühmten Brief von Nostradamus, in dem er berichtet, wie er den Engel anruft, der ihn seine Erscheinungen träumen lässt. Neben der Kabbalah pflegt Nostradamus eine zweite große Leidenschaft. Die Astrologie. Der Einfluss der Gestirne auf unser Leben wird heute gerne als Unsinn abgetan. Im 16. Jahrhundert ist das noch anders. Astrologie spielte damals eine sehr wichtige Rolle. Die Intellektuellen betrachteten sie als wichtigste Wissenschaft, um das Leben zu verstehen und, bis zu einem gewissen Grad, den Verlauf der Geschichte. Ein Kernsatz der Astrologie besagt, dass sich Geschichte wiederholt. Auch Nostradamus studiert historische Ereignisse und interessiert sich besonders für die Sternenkonstellationen, unter denen sie ablaufen. Bei einem ähnlichen Muster am Himmel würden, so seine Schlussfolgerung, auch wieder analoge Dinge geschehen. Und noch etwas spielt bei der Astrologie eine große Rolle. Einfühlungsvermögen. Wie kann man die Kunst der Astrologie interpretieren? Man betrachtet die Karte, verbindet Wörter mit Linien und plötzlich sagt man, wenn Jupiter in dieser Position ist, dann wird jemand sehr glücklich oder international erfolgreich. Mit Intuition kann man punkten. Venus etwa bedeutet Liebe oder Geld. Nun, wenn die Venus so steht, dann deutet dies mehr auf Liebe hin oder auf Geld. Je nachdem. Solche Nuancen schafft man meiner Überzeugung nach nur mit Intuition. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Art, wie Nostradamus seine Visionen interpretierte, tatsächlich funktioniert. Ein Punkt, an dem die Nostradamus-Kritiker gerne einhaken. Ich frage die Anhänger von Nostradamus immer, was wird in der Zukunft passieren? In 10, in 50 Jahren. Wann gibt es Weltkriege? Wenn diese Vorhersagen annähernd richtig sind, dann bin ich beeindruckt. Für mich ist Nostradamus ein Scharlatan, völliger Mumpitz. Was hat es also mit den merkwürdigen Versen auf sich? Worauf beziehen sie sich? Durch die Jahrhunderte wird Nostradamus bescheinigt, dass er die Zukunft genau beschreibt. Allerdings wird Nostradamus immer erst zitiert, nachdem sich ein Ereignis zugetragen hat. Der umgekehrte Fall steht noch aus, wie der angekündigte Weltuntergang. Ein Vers in den Prophezeiungen bezog sich auf den siebten Monat des Jahres 1999. Im Jahre 1999, im siebten Monat, kommt vom Himmel der König des Terrors. Er bringt den König der Mongolen zurück. Danach herrscht Krieg. Es heißt Roi de Frailleur, König des Terrors. Es wurde oft so gedeutet, dass ein Terrorkönig vom Himmel kommen werde. 1999 wurde der Antichrist vermutet oder vielleicht ein Komet. Jede Art von Horror. Angesichts des nahenden Weltuntergangs setzt ein neuer Nostradamus-Hype ein. Panik brach aus. Echte Panik, denn es schien sich auf das Ende der Welt zu beziehen. Die Aktienkurse brechen ein. In einigen Ländern kommt es zu Hamsterkäufen. Der französische Modeschöpfer Paco Rabanne sagt seine wichtigste Modenschau in Paris ab. Auch er glaubt, das Ende der Welt sei gekommen. Nostradamus ehrt nie. Wie auch immer. Der 24. Juli zog vorbei. Und die Welt drehte sich weiter. Nostradamus wurde neu berechnet. Man kam auf den 11. August 1999. Aber auch dann bestand die Erde weiter. Sonnenfinsternis statt Weltuntergang. Warum? Des Rätsels Lösung liegt in den fehlerhaften Texten des Mannes aus der Provence. Die gesamte Vorhersage für das Jahr 1999 beruht auf dem Wort Defrayeur, König des Terrors. Wenn dieser Vers mit Erkenntnis der französischen Sprache des 16. Jahrhunderts geprüft wird, und wenn man die erste Ausgabe der gedruckten Vierzeiler von Nostradamus heranzieht, so fehlt der Apostroph zwischen dem D und dem E in Defrayeur. D und der E in Defrayeur. So, le Roi des Frayeur, ohne Apostroph, bedeutet guter, edler König. Ein Mann wie König Wenzel in einem Weihnachtslied. Im Laufe der Jahrhunderte werden die Worte des vermeintlichen Propheten unentwegt geändert. Der Buchdruck wird zur Fehlerquelle Nummer 1. Eine genaue Analyse der Original-Vierzeiler bringt erstaunliche Unterschiede an den Tag. Es ist sehr schwer, wenigstens zwei gleiche Kopien einer handgedruckten Ausgabe zu finden. Beim Drucken fielen die Lettern heraus, Korrekturen mussten während der Herstellung gemacht werden. Die Folge war, dass viele Wörter falsch gesetzt wurden. Das Wort Dö für zwei wurde oft als Dö mit Apostroph gedruckt. Das bedeutet von ihnen. Bei ungewöhnlichen Wörtern oder unbekannten Ortsnamen gingen die Sätze nach Belieben vor und manchmal kamen sie dem Original überhaupt nicht nahe. Derlei Fakten können Nostradamus-Jünger nicht abschrecken. Als Gegenbeweis zitieren sie Verse über einen französischen Kriegshelden. Drei Mal steht, ein Mann namens de Gaulle wird Frankreich anführen. Denken wir an General Charles de Gaulle, führend im Kampf um Frankreich, im Widerstand gegen die deutsche Besatzung und ab 1958 Staatspräsident. Es heißt dreimal, ein Führer namens de Gaulle wird Frankreich lenken. Doch auch hier scheint ein Fall von falscher Interpretation vorzulegen. Ein Blick in das Original schafft Klarheit. Es kommt häufig vor, dass Leute, die das Französisch des Nostradamus nicht beherrschen, einen tieferen Sinn vermuten. Selbst jene, die gut Französisch sprechen, sind mit dem Französisch des 16. Jahrhunderts nicht vertraut. Es ist zum Verzweifeln, wenn man nicht versteht, was man vor sich hat. Der britische Autor weist nach, dass der vermeintliche Text über de Gaulle vom römischen Reich handelt. Tatsächlich heißt es de Gaulle III, von den drei Gallien. Julius Caesar beschrieb Gallien als Land in drei Teilen. Die Übersetzung sollte daher lauten, von Rom bis Dänemark, Herkules soll Führer des drei geteilten Galliens genannt werden. Man kann de Gaulle hineininterpretieren, aber das führt zu nichts. Wie verhält es sich nun mit den berühmtesten Weissagungen aus der Feder des Michel de Notre-Dame? Nostradamus verwendet den Namen Hister und meint Hitler, behaupten zumindest seine Anhänger. Er betont angeblich, dass ein Mann namens Hitler in Deutschland hochkommen und viel Ärger verursachen werde. Das Wort Hister ist der lateinische Name für die Donau. Auch wenn die Wörter ähnlich klingen, kann man sie nicht voneinander ableiten. Trotzdem beharren die Spinner darauf, dass er ja nahe der Donau geboren wurde. Damit kommt man nicht durch. Glaubt man seinen Anhängern, so bleibt Nostradamus mit Absicht vage. Wegen der Inquisition. Als konvertierter Jude habe er besonders auf seine Worte achten müssen. Im 16. Jahrhundert wurde es gefährlich, wenn die Inquisition Verdacht schöpfte. Die gingen sehr brutal gegen ihre Opfer vor. Nostradamus versuchte daher, sich bedeckt zu halten. Nostradamus war ein kleiner Fisch für die Inquisition. Sie könnten gemeint haben, dass er die schmale Grenze zwischen der normalen Astrologie und der verteufelten Magie überschritten habe. Er stand sicher nicht hoch oben auf ihrer Liste. Da gab es genug Protestanten zu verbrennen. Warum sollten sie sich um jemanden aus der Provence kümmern, der sich als Wahrsager ausgab? Was am meisten gegen die Vermutung spricht, dass Nostradamus Hitler und das Naziregime vorhersah, ist der Verlauf der Geschichte. Mit dem Hunger wilder Bestien, die die Flüsse queren. Fast die ganze Welt wird gegen Hister sein. Der mächtige Mann wird in einem Käfig aus Eisen vorfahren. Den Nazis ist er ein willkommener Prophet. Doch der Krieg geht verloren. Hat sich Nostradamus geirrt? Seine Anhänger wissen es besser. Ihr Meister habe auch die Niederlage kommen sehen. Dieser Vierzähle ist deshalb so faszinierend, weil er nicht nur zeigt, was Hitler passieren wird, sondern auch Mussolini, der kopfüber aufgehängt wurde, in einem Käfig aus Metall, in einer ausgebrannten Garage mit seiner Geliebten. Der Hunger der wilden Bestien, die den Fluss queren, bezieht sich auf die Russen, die über zwei Flüsse nach Deutschland kamen. Das deutsche Kind, das nichts versteht, bedeutet, dass die Deutschen nicht wussten, was auf sie zukommt, wenn sie Hitler folgen. Dieser Vers passt ziemlich gut. Nicht alle finden es überzeugend, dass Nostradamus-Worte nach Belieben austauschbar sind. Und dass seine Vorhersagen fast nie ein konkretes Datum aufweisen. Nennt er eine Jahreszahl, sichert er sich gekonnt ab. Den großen Brand von London setzt er nicht ins Jahr 1666, sondern begnügt sich mit der Zahl 66. Nostradamus wird auch vorgeworfen, dass er in seinen Versen mit den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit spielt. Für den britischen Psychologen Richard Wiseman ist Nostradamus nichts weiter als ein Glücksritter. Spielen wir Roulette à la Nostradamus. Normal setzt man eine Nummer, dann dreht sich das Rad und wenn die Nummer kommt, gewinnt man. Nostradamus aber sagte bei seinen Prophezeiungen nicht dazu, wann sie geschehen würden. Bei seinem Roulette setzt man eine Nummer und lässt die Kugel so lange rollen, bis man gewinnt. Nein. 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 Hey, Red 23. Rot 23, genau wie ich vorhersagte. So geht das Nostradamus-Roulette. Wer lange genug wartet, gewinnt immer. Die Kritik am großen Meister mag noch so fundiert sein. Überzeugte Nostradamus-Jünger finden für jedes große Ereignis passende Zeilen. Auch für den Terroranschlag vom 11. September 2001 in New York. Ein Feuer aus dem Erdinneren wird die Türme einer neuen Stadt erschüttern. Zwei große Blöcke werden einen langen Krieg führen. Bis Aretusas Quälen den Fluss erneut rot färben. Jede Zeile bezieht sich auf dieses Desaster. Wird die Türme erschüttern, spricht für sich selbst. Die neue Stadt war in der neuen Welt, die Nostradamus schon kannte. Kritiker sprechen von einer einfachen Missinterpretation. Es gibt keinen Grund, warum diese neue Stadt New York sein soll. Er schreibt von vielen neuen Städten. Die wichtigste ist Neapel, griechisch Neapolis, was neue Stadt bedeutet. Genau das verstand Nostradamus unter neuer Stadt. Feuer aus dem Erdinneren, das ist das Kerosin, das explodierte. Das war der Ausbruch des Vesuvs in der Nähe Neapels im frühen 11. Jahrhundert. Als die Normanen von Sizilien aus in Süditalien einfielen. Der Vesuv ist lange vor Nostradamus ausgebrochen. Trotzdem beschreibt er diesen Feuersturm ganz genau. Die Antwort ist seine Methode. Wie die meisten Astrologen studiert auch Nostradamus vergangene Weltereignisse. Weil er glaubt, dass sich Geschichte zyklisch wiederholt, nimmt er an, dass ähnliche Begebenheiten auftreten werden. Der Schlüssel zu seinen Versen liegt also im Vergangenen, nicht im Künftigen. Man muss bei so einem Vers herausfinden, worauf er sich bezieht. Alle Verse von Nostradamus deuten auf ein Ereignis in der Vergangenheit. Berühmt wird Nostradamus mit dem Vers über den bevorstehenden Tod Heinrichs des Zweiten, der ihn nach einem Turnier ereilen soll. Der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf einem Schlachtfeld. Nostradamus selbst glaubte niemals daran, dass er mit diesem Vers den Tod von Heinrich II. vorhersagte. Aus seinem Briefwechsel ist bekannt, dass er einen völlig anderen Vierzeiler dafür hielt, und nicht den, der als berühmtester Beweis für seine Gabe gehandelt wird. Wenn man diese Verse genau ansieht, können sie gar nicht stimmen. Es heißt Schlachtfeld, aber es war keines. Zwei Flotten oder zwei Armeen, weder noch. Die Leute verdrehen die Wörter, eine gängige Methode im Fall Nostradamus. Man verdreht Wörter oder Ereignisse oder beides. Darauf beruht die moderne Nostradamus-Industrie. Menschen haben eine unergründliche Lust an Aberglauben, Frömmelei, Scheinheiligkeit, Unsinn. Er ist ihr großer Prophet. Die Fakten überwiegen, dass Nostradamus weder den 11. September 2001 noch Hitler oder sonst etwas vorhersagen konnte. Doch was heißt das schon für gläubige Jünger? Einmal mehr wird der große Meister für eine künftige Schreckenstat bemüht. Es gibt einen Vers, der die Ermordung eines Weltführers ankündigt. Offensichtlich ist damit George W. Bush gemeint. Je fataler die Katastrophen, desto intensiver die Sucher nach Antworten. Dass sie ausgerechnet im Werk eines Mannes gefunden werden wollen, der nichts beantwortet, sondern nur Dinge kryptisch beschreibt, spiegelt wohl die Ratlosigkeit unserer modernen Welt wider. Es wird immer einen Markt geben für Wahrsager und Prophezeiungen aller Art. Paradoxerweise führt der Fortschritt der Wissenschaft die Menschen zum Übernatürlichen. Die übergroße Flut an Wissen macht den Menschen Angst. Und daher sind sie auf der Suche nach jemandem, der durch Magie mehr weiß. Das kommt gut an. Wenn man sich die jüngsten Umfragen über paranormalen Glauben ansieht, hält die Hälfte der Bevölkerung Vorhersagen für möglich. Obwohl wir von Wissenschaft und Technologie umgeben sind, hält sich die Idee, dass man in die Zukunft sehen kann. Das vermittelt ein angenehmes Gefühl. Wir brauchen Geheimnisse, ganz in dem Sinn, dass Wissenschaft nicht alles erklären kann. Das Bedürfnis nach etwas Magie in der modernen Welt ist unbestritten. Trotzdem gibt es bis jetzt keinen objektiven Beweis dafür, dass Nostradamus in die Zukunft sehen konnte. Der britische Autor Mario Redding lässt das nicht gelten. Man riskiert einiges, wenn man künftige Dinge mit Texten von Nostradamus vorhersagt. Aber ein bestimmter Vierzeiler scheint geeignet zu sein. Weil sie nicht in die Ehescheidung einwilligten. Ein Mann, der später als unwürdig erkannt wird. Das Volk wird den König von den Inseln verjagen. Ein Mann wird ihn ersetzen, der nicht als König vorgesehen war. Wir dürfen annehmen, dass Prinz Charles gemeint ist. Nicht William wird seinem Vater folgen, sondern vielleicht Harry. Warum das so sein soll, bleibt bei Nostradamus unklar. Mario Redding greift noch tiefer in die Prophezeiungskister. Es gibt einen Vers, der die Ermordung eines Weltführers ankündigt. Irgendwann ab 2006. Der Vierzeiler lautet, der Nachfolger wird seinen Bruder rächen. Er wird das Reich aus Rache übernehmen. Sein Blut tötet den Widerstand. In der zweiten Zeile finden wir einen klassischen Nostradamus-Code. Sus sombre. Das heißt unter einem Schatten in der Wüste. Also unter einem Busch. Ich lese heraus, dass es ein Attentat auf Präsident Bush geben könnte. In diesem Zusammenhang sieht Nostradamus ein ziemlich heftiges Nachspiel. Sollte diese Vorhersage nicht zutreffen, muss Mario Redding womöglich um seinen Ruf bangen. Dem Nimbus von Nostradamus dürfte auch das nichts anhaben. 400 Jahre nach seinem Tod ist Nostradamus gefragter denn je. Und es wird noch viel Unfug im Namen des vermeintlichen Propheten gesprochen werden. Erstaunlicherweise hat Nostradamus das nicht vorhergesehen. Erstaunlicherweise Untertitelung des ZDF, 2020